Hallo, grüß euch. Herzlich willkommen zu unserem Kugelparadies. Ich muss euch heute ein paar Highlights von unseren Kugeln vorstellen. Caro hat zwar gesagt, oh, das wird wieder ein langes Video dann, weil ich möchte euch ja noch einmal ein Werkstück zeigen. Aber die selbte. Ich muss euch unbedingt unsere Highlights. Von jeder Farbe zeig ich euch vielleicht ein oder zwei. Das muss jetzt sein. Also, wir fangen bei Rot an. Rot ist so die Weihnachtsfarbe. Und ja, das ist jetzt zum Beispiel eine ganz tolle Kugel mit dem Gold und Rot. Schaut super edel aus. Und ja, da gibt es jetzt natürlich nochmal, wenn man jetzt da zum Beispiel so eine Glatte dazuhängt. Letztes Jahr habe ich euch auch schon gesagt, ich mag das einfach gern, wenn verschiedene Kugeln am Baum hängen. Weil das einfach toll ausschaut, wenn man einfach so edle Stücke hat am Baum. Das schaut jetzt auch ganz toll aus. Das ist wie so ein Mistelzweig. Da drauf. Oder dann so diese nostalgischen Kugeln. Da haben wir die gerade jetzt. Die sind auch ganz toll. Die schauen aus wie so ein Lack. Mit dem Rot. Da dann jetzt nochmal eine weiße Kugel dazu. Das schaut jetzt natürlich ganz schön aus. So wie handbemalt. Das sind so vielleicht die Roten Highlights. Dann haben wir Gold. Also, meine Tochter war schon ganz begeistert. Die hat sich die ersten Kugeln dann schon angeschaut. Die war jetzt da. Und das sind jetzt zum Beispiel ganz schöne. Dann gibt es noch. Tada. Wo habe ich denn die? Die Dorot, die ist auch ganz schön. Das ist auch so Mistelzweige. Das ist natürlich jetzt eine super schöne Kombi. Und die Dorot, die ist auch so richtig schöne Winterwald Kugel. Die ist jetzt mit Gold und Weiß. Und die gibt es jetzt auch in Silber. Das kann ich euch auch noch gleich sagen. Das ist die da. Da sind die Bäume dann in Silber drauf. Und das schaut oben aus wie so Perlmutt. Das ist eine ganz edle, die so richtig üppig glitzert. Und da haben wir noch mal. Ja, die ist jetzt auch ganz schön. Die hat jetzt so einen braunen Baum, braun mit grün drauf. Die Dorot, die schauen auch ganz schön aus. Das ist ein Buch. Dass wir es noch schaffen die nächsten Tage. Dass wir unsere Christbaumkugeln auch noch mal auf unsere Internetseite legen. Und dann könnt ihr es euch da auch noch mal anschauen und dann einfach anrufen. Wir stellen euch was zusammen und schicken wir euch Fotos, welche Kugeln das wir haben, was die kosten. Alles möglich bei uns. Da haben wir jetzt grün. Kugeln. Da haben wir natürlich auch ein paar ganz tolle Kugeln mit dabei. Ich würde jetzt auch mit denen mischen. Die gibt es in zwei verschiedenen Größen. Die habe ich jetzt in der Größe und in der. Ah, das ist die gleiche. Da habe ich die andere Größe. Das ist die andere Größe. Das ist jetzt eine Matte. Aber die haben wir jetzt natürlich auch in verschiedenen Ausführungen. Dann ist das da so die braune Ecke. Da haben wir eine ganz kleine. Also die finde ich jetzt auch wirklich so süß und nostalgisch. Mit so Zapfen dran. Dann gehen wir noch gleich zur Rosa, weil damit wir alles ein bisschen durchgeschaut haben. Das ist eine weiße mit so ganz kleine rosa Kugeln drauf. Mit dem Rosé und dem Gold. Also ich bin ja Fan von großen Kugeln am Baum. Also die gehören wirklich so drauf, dass die sind so richtige Hingucker an einem Baum. Und das ist jetzt so eine pinke. Aber das schaut doch auf. Und so ein grüner Baum kann man das auch ganz toll feststellen. Und das ist ja Bordeauxrot. Das mit dem samtigen. Und das geht dann ein bisschen so in das schwarz, schimmert das. Das ist jetzt auch eine ganz tolle Kugel. Ja, natürlich könnt ihr euch noch viel mehr zeigen. Und ja, aber ich darf jetzt nicht, weil wir machen jetzt noch ein Werkstück. Und das möchte euch natürlich auch ausführlich zeigen. Also, es geht in diese mosige Richtung. Also nicht so dieses Glitzerglanz. Wobei ich mir schon, also ich habe mir jetzt verschiedene Kugeln rausgesucht. Ich kann mir jetzt auch dort einmal diese Kugel ganz schön vorstellen. Die passt mit Sicherheit super gut dazu. Und die dort hätte man jetzt eben auch ausgesagt. Das ist jetzt eben kein so ein Glitzernde. Das ist so eine natürlichere. Ich mache es jetzt mit dem Natürlichen. Ich will halt noch ein paar Sterne dranhängen. Also, ich zeige euch das einmal. Wir haben, da habe ich jetzt so eine Gehänge mit so einer edlen Kugel. Die sind jetzt auch ganz schön. Mit den Bäumen drauf, ein bisschen was Grünes. Da habe ich jetzt auch einen Stern, ein paar Zapfen dran, eine schöne Glaskugel, schöne Schleifen. Und das ist jetzt wirklich ganz schön so einmal in ein Fenster gehängt. Und jetzt mache ich aber ein bisschen ein anderes Gehänge. Und zwar brauchen wir da erst einmal ein dünnes Band. Also, wie gesagt, ich mache mir jetzt da zwei so Aufhänger dran, weil ich nicht so ein langes Gehänge mache, sondern eigentlich eher, wenn es das so in die Breite geht, dass man so direkt in ein Fenster hängen kann. So, ich habe jetzt natürlich da so ganz praktische Haugen. So, ich habe jetzt natürlich da so ganz praktische Haugen. Da habe ich jetzt natürlich die beste Schere, die wir im Laden haben gefunden. So. Und das hänge ich mir jetzt einfach so diese verschiedenen Teile in verschiedenen Längen einfach da dran. Ich nehme jetzt da schon verschiedene Bänder, weil das dann, aber natürlich sollen die dann trotzdem harmonieren. Das darf jetzt auch ruhig ein bisschen weiter nach unten hängen. Dann habe ich da so eine ganz tolle Schleife gekauft. Und die passt jetzt so super zu diesem musigen dazu. Also, da habe ich mich echt gefreut, weil ich die ausgepackt habe, weil die schaut jetzt richtig toll aus. Die kann man da ganz schön einarbeiten. Und bei den Schleifen finde ich immer, wenn man einen Schleifen einarbeiten. Dann darf man da nicht sparsam sein. Weil das dann oftmals, wenn die so knapp drinnen ist, dann schaut das so aus wie, ja, man hätte gern, aber es hat halt einfach nicht gelangt. Also, das soll man nicht tun. Man sollte also wirklich da ruhig einmal einen halben Meter mehr haben. Aber natürlich soll es am richtigen Platz sitzen. Und da habe ich mir gedacht, ich habe mir gedacht, ich mache noch ein paar Engel mit rein, weil das ja so ein bisschen ein nostalgisches Teil werden wird. Das ist jetzt auch ganz wichtig, dass man so verschiedene Höhen und Tiefen hat. Und da braucht man natürlich die richtige Proportion. Die sind ja wirklich so süß. Das ist eigentlich dann schon schön, wenn man nochmal ein paar so glatte Kugeln mit dazu macht. Also nicht, dass es so unruhig wird das Ganze. Ja, ich glaube es reicht. Also so kann ich mir das jetzt ganz gut vorstellen. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass man das sich in ein Fenster hängen kann. Ich kann das jetzt da so zusammenfassen und dann einfach nur so in ein Fenster klingen. Wie haben wir mir das jetzt da oben. Zum Beispiel eben zu dem Baum. Ich kann mir das jetzt auch ganz schön vorstellen. Ich hänge das jetzt bei uns da so an die Vorhangsstange dran. Und vielleicht hängt dort bei euch auch so etwas in die Richtung dran. Und ja, ihr habt euch wieder Anregungen gewinnen können. Ihr seid ein bisschen krippelig geworden auf unsere Christbaumkugeln. Und ich kann es euch nur empfehlen, kauft euch ganz besondere Christbaumkugeln für euren Christbaum. Und der soll etwas Besonderes sein. Und wenn ihr ihn anschaut, dann sollt ihr euch richtig befreien über jede Kugel, die drauf ist. Und vielleicht auch so Erinnerungsstücke sein, wo man sagt, ja, da war ich dort und da habe ich mir den gekauft. Das war etwas Besonderes. Und ja, und jetzt auch gern einmal so einen Vogel drauf oder eine Eule. Oder ja, ich habe jetzt da, ich muss jetzt da nochmal herzeigen, diese Schwäne zum Beispiel, die sind ganz schön. Dann haben wir, also weiße Vögel, die sind jetzt auch zum Beispiel ganz lieb. Wenn der so auf dem Baum sitzt, der schaut doch wirklich schön aus. Oder wenn der jetzt so ein braun-goldener, so ein Vogel gehört einfach auf dem Baum drauf. Also bei mir ist das so, ja, das war früher so bei mir in meiner Kindheit. Und es gibt jetzt wieder viel mehr nochmal die Sachen. Einfach so, ja, Weihnachten mit Herz. Und Daumen hoch, wie immer, einen schönen Kommentar. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Also bitte, schöne Zeit wünsche ich. Musik 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 Musik